Schaut mal, das ist Bunny, das Häschen. Sie schläft noch. Bunny, es ist Zeit aufzustehen. Guten Morgen. Jetzt muss sich Bunny das Gesicht waschen. Bunny ist in den Garten gekommen, um Karotten zu holen. Ich frage mich, was sie mit den Karotten vorhat. Das ist Bunnies Küche. Jetzt muss sie die Karotten waschen. Die Karotten. Die Karotten. Die Karotten. Die Karotten. Die Karotten. Ein Ei. Milch Mehl Und Zucker Oh, ich glaube Banni möchte einen Kuchen machen Hehe Der Teig ist fertig Banni holt die Reibe Jetzt muss sie die Karotte raspeln Das ist die letzte Karotte Jetzt rollt sie den Teig aus Und damit bekommt der Teig eine runde Form Hehehe Hehehe Jetzt kommt der Kuchen in den Backofen Während der Kuchen im Backofen ist Räumt Banni die Küche auf Räumt 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 Bis zum nächsten Mal.